Hallo, hier ist die B.U.P. Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristenvorfall melden? Wissen Sie was? Noch eine Reklametafel wurde von einem Bioterroristen verunstaltet. Was soll ich jetzt nur tun? Ich erkenne Ihre Stimme, Sir. Das ist nicht witzig. Wir werden Sie zur Verantwortung ziehen. Okay, Lady, dann mal los. Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt? Das fühlt sich gut an. Tut mir echt leid, D.U.P. Was soll ich jetzt? 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 Das war's für heute. 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 Okay. 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 Okay.